ja halli hallo ihr lieben wir sind hier in world of warcraft kataklism classic in der version 4 4 0 sind hier bei unserem botl kqs in nordland in den stromgipfeln hier oben in der ecke beim torim mit der quest die abrechnung trefft euch im torim in der nähe des tempels der weisheit berichte könig jokum und niffel wie der kampf ausgegangen ist wir bekommen mehrere items alle blau am meisten wert hat ja haben die platten stülpen 22,20 36.410 erfahrung wir nehmen die quest an liegen mal dahin wo wir fliegen und fliegen und sind hoffentlich bald mal da hier ist der tempel der weisheit da ist torim und veranos wo du war verloren meine geliebte da ist gelogen da ist gelogen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh oh Und der Loken hat den Thorim besiegt Und jetzt können wir nur noch nach Dunn-Nüffeln Rüberfliehen Und hoffen, dass wir bald mal angekommen sind Da wäre eine ewige Strecke Hier wäre Tempel der Stürme gewesen Da hätte wohl der Thorim seine Macht gehabt Hat sie dann aber natürlich Nicht gehabt, weil er hier war So endet das Ganze, ne? Hat der Loken den Thorim ausgetrickst? Gut, jetzt sind wir schon mal So Hälfte da So, da vorne sehen wir schon Die Ecke, wo wir was abgeben müssen So, da ist der König Jokum So, wir nehmen die blauen Stulpen Das Gold Die XP Und damit ist die Quest abgeschlossen Ich bedanke mich fürs Zuschauen Schaltet gerne wieder ein Lasst gerne Like und Abo da Schaltet gerne auf meinen Twitch-Kanal Ist verlinkt im YouTube-Kanal Und damit bis zum nächsten Mal Tschaui